Schuho Gorillas, hier ist wieder Gorilla Army und zwar wollte ich euch nur darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt live auf Twitch bin. Es geht weiter im RP und zwar habt ihr ja mitbekommen, beim letzten Mal hatte Cedo etwas Stress bekommen mit ein paar großen Leuten würde ich sagen. Und heute gucken wir, dass wir diesen Stress irgendwie gelöst bekommen. Wenn ihr auf jeden Fall Lust habt oder wissen wollt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht, würde ich euch empfehlen, schaut einfach auf Twitch vorbei. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch Kanal, wünsche euch noch viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, haut rein.